Das Biathlon-Spiel schaut so aus, dass zwei Teams gemacht werden. Die ersten zwei laufen auf Kommando los, sprinten um einen Baum, kommen zu einem auf dem Boden aufgelegten Ziel. Da liegen jeweils fünf Tannenzapfen, die schmeißen man in ein Ziel hinein. Wer das nicht schafft, der legt nochmal eine Strafrunde hin und klatscht sich dann mit seinen Teamkollegen ab. Und dieser legt dann wieder los. Dieses Spiel ist super für eure Schnelligkeit, für eure Kondition und für die Geschicklichkeit. Und außerdem macht es sehr viel Spaß.